Hallo ihr lieben guten Morgen! Heute grüßt euch mal nicht nur die Genie, sondern auch Roy! Amen! Wir drehen heute auf dem Friedhof. Warum verraten wir euch natürlich auf gar keinen Fall. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, wir fühlen uns glaube ich auch schon ein bisschen wie auferstanden gerade, oder? Ja, auferstanden. Es ist furchtbar früh, es ist furchtbar kalt, es ist furchtbar besinnlich und auch furchtbar tot hier auf diesem Stück Land. Und das wollten wir euch natürlich mitteilen. Ja dann, wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen warmen Tag und einen nicht so toten Tag. Also, macht's gut! Ciao!